Ja, Mahlzeit. Schönen Gruß aus Berlin. Wir sind gerade im Füchsetown. Der kleine Joey Kelly ist jetzt hier zu Besuch und will mal mit uns ein bisschen Training machen bzw. ich mit ihm. Ich freue mich drauf und ja, lassen wir ihn ein bisschen leiden. Joey, brauch frei. Grüß dich. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich, dass du mich fertig machst gleich. Ich freue mich auch drauf. Sehr schön. Fangen wir an, oder? So, Joey, jetzt sind wir in der Trainingshalle. Hier wird geschwitzt. Und hier trainierst du jeden Tag? Und hier ist jeden Tag Training. Ich habe nicht den Körperkontakt wie ein normaler Feldspieler. Ja, da kriegt man die Bälle auf die Fresse. Genau. Aber das macht ja manchen Leuten Spaß. Dir macht das Spaß? Joa. Du bist einfach mal. Vielleicht schaffst du das ja auch. Ich schieße mal ein paar. Also ich wette, wenn ich was schieße, dass alles hält. So, du ins Tor, würde ich sagen, oder? Oder willst du mal wer? Nee, nee, ich versuch's. Du bist nicht beim Ballett. Du bist eigentlich als Torwart immer der, der gut aussehen kann. Und eigentlich muss der, der Schütze, muss so treffen. Es ist völlig egal, wie viele Bälle du hältst. Wichtig ist, den Letzten im Entscheidenden zu halten. Ich mach mal's. Du gehst nach vorne? Ja. Und ich putz da hinten aus. Versuchst du zu retten? Genau. Hast du gerade den Kopf weggezogen? War das Angst? Ja, klar. War das gerade Angst hier? Nein, keine Angst. Hast du jetzt alle gehalten? Ja. Ich glaube, ich ziehe nach Berlin und trainiere erst mal acht Wochen am Stück ohne Schlaf. Und dann halte ich vielleicht ein paar Welle. So, Joey, du bist ja jetzt auch Handball-Insider, ne? Also ich dachte, der Sport wäre hart. Ich habe mich vertan. Brutal ist das. Also für mich wäre es nichts, im Tor zu stehen, weil du kriegst immer die Bälle auf die Fresse. Aber da musst du einfach verrückt sein. So, und damit du auch jetzt öfters mal Handball gucken kannst. Wir haben ja eine Weltmeisterschaft im eigenen Land. Ja. Mal symbolisch eine Karte. Und ich denke mal, du wirst da mit ein paar Leuten zusammenkommen. Klasse. In Köln, in der Arena. Mega. Direkt bei der Tür. Wir spielen in Köln, Berlin, München und Hamburg. Ich komme nur, wenn du spielst. Alles klar. Sehr schön.